UNTERTITELUNG Abgekehrt! Wir waren fünf. Fünf Freunde. Die ganze Welt lag vor uns. Wir mussten nur zugreifen. Das ist sechs Monate her. Findestens Weihnachten ist der Krieg vorbei. Wir in diesem Raum. Weihnachten haben wir gemacht. Wartet. Mach noch ein Foto. Wartet. Fahr sie los! Der Krieg wird nur das Schlechteste in uns zum Vorschein bringen. Wir müssen hier im Dienst am deutschen Soldat mit der Mitte am Vaterland zu lassen. Das sind keine Kutsche mehr. Nicht für Sie. Ein Freund der Deutschland verlassen. Sehr gerne. Möglicherweise könnten Sie mir mal etwas vorsehen. Wilhelm. Du bist ein Arschloch. Weißt du das eigentlich? Ich würde dir keine Hoffnungen machen. Ja. Es ist niemand, der übrig ist. Der widersteht, der versuche menschlich zu sein. Es gibt keinen Sinn. M Danny! Ja! Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man lebend nach Hause kommt, als Soldat?